An der Arbeit fasziniert mich, dass ich mir vorstelle, wie die Welt sein wird, wenn wir die Companion-Technologie fertig haben und umgesetzt haben in technischen Systemen. Dass sie dann nämlich wirklich smart und so funktionieren, wie man möchte. Man braucht keine ewigen, langen Bedienungsanleitungen zu lesen, sich durch irgendwelche langen Menüs zu hangeln, sondern die Systeme funktionieren einfach so, wie man sie möchte und bieten die Funktionalität genau so, wie man sie aktuell braucht.